Vatayanasana ist eine Gleichgewichtstellung und eine Stellung zur Kultivierung der Lotus-Flexibilität. Vatayanasana wird oft übersetzt als Pferdestellung, obgleich es eigentlich wenig mit Pferd zu tun hat. Vata heißt in diesem Sinne Luft, Yana heißt Reise. Es ist die Stellung der Reise durch die Luft. Es ist letztlich die Stellung von Garuda, die Stellung des Adlers und der Adler, der durch die Lüfte fliegt. Wahrscheinlich kennst du Garudasana als eine Einbeinstellung. Und es gibt aber auch noch Vatayanasana, das ist der Adler, der durch die Luft fliegt. Und weil Garuda das Reittier von Vishnu ist und Reittier auf Sanskrit auch Pferd heißt, wird oft Vatayanasana als Pferdestellung bezeichnet, hat allerdings nichts mit Pferd zu tun, aber viel mit Adler und damit Garuda. Raffaela zeigt, wie es geht. Ausgangsposition kann die aufgerichtete Stehhaltung sein. Von hier aus gibst du den rechten Fuß in die Hüftbeuge. Kleines Wort zur Vorsicht, du musst einen sehr guten Lotus haben, damit das funktioniert. Von hier gibst du die Hände auf den Boden und senkst dann das Knie auf den Boden und du hast den Fuß auf dem Boden. Und dann gibst du die Unterarme, kreuzt sie und gibst die Hände zusammen. Und jetzt bist du in Vatayanasana. Jetzt brauchst du dir nur noch vorzustellen, dass an deinem Rücken Schwingen sind und dass du jetzt durch die Lüfte hindurchfliegst. Eine kleine Variation ist noch, die Hände vom Brustkorb zusammenzugeben, wie in Namaskar-Haltung. Das ist die Namaskara-Vatayanasana-Stellung. Manchmal wird die Stellung auch als Vatayanasana-Stellung bezeichnet, weil im Hindi manchmal ein A wegfällt, aber es ist eigentlich die Vatayanasana-Stellung, die Stellung der Reise durch die Lüfte. Das ist die Namaskara-Stellung. 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 Untertitelung des ZDF, 2020